Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Gelb, hier in meinem Let's Play. Im letzten Part haben wir den Liftöffner bekommen und dann gucken wir mal, wo wir einen Lift finden, ja? Ich weiß das zufällig, weil, äh, ich hab telepathische Kräfte. Ja, ich geb's zu. Was ganz krass ist. Ich kann das spüren, wo Lifts sind. Hm, ich, ich, in meinem Kopf ist da einfach so, ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn ihr psychisch krank seid und Stimmen in eurem Kopf wird. Stellt euch das mal so vor. Das kennen die meisten von euch, ja. Ich meine, ihr guckt mal in den Videos, da ist sowas anzunehmen. Ähm, nee, Quatsch, ähm, ich laber hier wieder ganz schön viel Scheiße. So, da oben hab ich ein Item gesehen. Das holen wir uns jetzt mal. Was ist das? Oh, wir können keine weiteren Items tragen. Das ist nicht gut, ich setz jetzt doch schon mal die Sonderbonbons ein. Mach ich sonst eh nie, äh. Du bist noch nicht Level 24, alle anderen schon. Fühl dich nicht gemobbt. Und du bist grad ganz unten, fühl dich auch nicht gemobbt. Tada, so schlichtet man Streit. Blubstrahl. Oh, ja, das ist gar nicht so verkehrt für Schillock. Für Blubber erlernen wir Blubstrahl. Das ist auf jeden Fall besser. Ich müsste mal öfter durch meine TMs gucken. Mensch. Da schafft man Platz im Inventar und, äh, tut auch noch was Gutes für sein Team oder für die Stärke seines Teams. Geowulf. Geowulf, stimmt, wollte ich auch wen beibringen, nicht? Hm. Ja, komm, Pikachu anstatt Donnerwelle, dann hast du auch mal was nicht, äh, elektrisches. Geowulf ist, glaub ich, normal, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, wie die Animation dafür in den meisten Teilen aussieht. Da wirfen wir was hoch und dann fällt's wieder runter. Ja, Schaufler will ich auch wem beibringen. Aber wem? Blutexo kannst du erlernen und Schillock. Schillock kriegt später noch einen Haufen anderes Zeug. Darum kriegt's jetzt erstmal Blutexo. Vielleicht lass ich ihn irgendwann vergessen wieder durch einen anderen Attac. Ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, was Blutexo oder später Blurak gespoilert, oho, alles so lernt. Ich hab mit dem Feuerstarter echt fast nie angefangen, wirklich. Obwohl den die meisten Leute am coolsten finden, hab ich nie wirklich geil gefunden. Tut mir leid. Mondstein kann ich wegwerfen, weil ich nie, weil der bringt nichts beim Verkaufen und ich, äh, werde in diesem Let's Play kein Pokémon haben wollen, welches, äh, sich durch den Mondstein weiterentwickelt. Teleport. Teleport kann man wegwerfen, wenn man Platz braucht. Ja. Das hab ich jetzt entschieden. Klingelsturm. Kenn ich nicht, kenn ich nicht, will ich nicht, hab ich nicht, mag ich nicht. Wird jetzt auch weggeworfen, weil ich ihn nicht kenne, wird weggeworfen. So, und was ist hier jetzt? Ein Nugget. Ja, das bringt 5000 Pokodollar. Immerhin, immerhin. Ich mein, für so einen kleinen Jungen hier ist das schon ganz schön geil, würde ich sagen. So, da gehen wir jetzt lang wegen dem Item. TM07. Ah, toll, jetzt darf ich wieder gucken. Immer diese TMs. Hornbohrer, Hornbohrer ist eine K.O. Attacke, oder? Kann keiner lernen. Also eine Eintreffer und dann ist der Gegner weg. K.O. Attacke. Ich glaub, das ist ne gute Übersetzung für K.O. Attacke, ja. Hier einfach immer da und orientieren, wo ihr diese Felder sehen könnt. Auf denen wird man ja, wie ihr seht, gestoppt. Und, äh, ja. Meistens ist es gut, in die Richtung eines Pfeils, also einen Pfeil zu nehmen, wenn man die Auswahl hat, der einen zu so einer Plattform leitet, im Endeffekt. Meistens über mehrere Pfeile noch hinweg, aber da muss man halt Weitsicht haben. Meistens kann man das weit genug sehen. Da ist der Lift, wir haben einen Liftöffner. Aber ich will hier gucken, obwohl, ne, hier gibt's nur Items. Dann will ich da nicht gucken. Lift! Ich bin zwar kein Liftboy, aber ich mach mal auf herablassend. Äh, doch, ich bin ja jetzt der Liftboy. Ab ins Untergeschoss 4. Und was haben wir hier? Ich mein, ganz unten, da wird doch wohl der Chef sein, oder? Keinen Schritt weiter! Oh, euch kenn ich doch noch. Du hast uns am Mondberg ganz schön gemütet, demütigt. Aber Rache ist süß, du Rotznase. Oh nein! Jesse und James! Mal wieder. Team Rocket möchte kämpfen. Ich find aber wirklich, die beiden Sprites, also die Sprites von den beiden, die sehen echt aus, wie in der Serie, also da wirklich mal ein Lob. Das ist richtig gut gemacht. Ja, äh, Untergeschoss 4 fahren wir einfach mal, weil der tiefste, äh, mögliche Anlaufpunkt, das wird ja wohl die Chefetage sein, oder? Ich mein, normalerweise ist die höchste. Und hier dann halt die tiefste. Weil es ein Untergrund-Dingens ist. Ne, ich will mein Sherlock nicht verlieren. Ebi-Tag! Regel das mal. Was soll denn das? Komm, Furien-Schlag. Ein Volltreffer. Zweimal nur, sonst wirst du immer mindestens siebenmal, ja? Boah. Du blödes Vogelfiech, du. Ich hasse dich, Ibi-Tag. Naja, im Endeffekt dann ja doch noch geklärt, das Ganze. Mautzi, möchte ich auch nicht, äh, nichts mit zu tun haben. Katzen find ich auch ganz, ganz schrecklich. Nee, Sebi, nicht, nein. Später. Ähm, ja, Katzen, ganz schreckliche Tiere. Find ich ganz ekelhaft. Was hab ich denn heute? Ich bin heute irgendwie gut drauf. Und darum sind meine ganzen Anspielungen so offensichtlich. Und eigentlich ist das ja nicht meine Art. Aber irgendwie, ich bin heute gut gelaunt. Vielleicht ist meine normale Art ja immer nur Resultat meiner sonst immer ganz, ganz schlechten Laune. Unglaublich. Ich hasse die Welt immer. Besonders, wenn ich aufnehme, denke ich mir so, boah, wieso muss ich jetzt wieder aufnehmen? Und für diese Kackspasten. Ich mein, die abonnieren mich gar nicht mit mehreren Accounts. Die teilen meine Videos nicht auf Twitter. Ja. So ein Hohlkopf. Team Rocket, schnell wie das Licht. Ja, gib lieber auf und bekämpfe uns nicht. Mir aufs genau. Wohin genau? Ach, das ist ein schöner Jingle. Und wir haben Eisen gefunden. Ja, dann können wir jetzt hier unser schönes Bauen. So, Eisen kriegt mal... Äh, ich hab die Augen zu. Kriegt Pikachu in die Fresse rein. In der Verteidigung steigt er durch. Okay. Ich kann das eh nie mir merken, welche Sache welche es bringt. Obwohl, Eisen kann man sich eigentlich erschließen. Ich mein, Eisen... Und wer bist du? Was bist du für ein Maulwurf? Ich find, der sieht aus wie ein Maulwurf. Ich hab als Kind, oder heute hab ich auch immer noch das Problem, gerade beim Charakter aus der dritten Generation, dem Hauptcharakter, Briggs heißt... Heißt der Brick oder Briggs? Naja, dass diese... Das, was da vom Sprite hier, hier bei ihm, an der Jacke ist und auch bei dem aus der dritten Generation, halt dem männlichen Hauptprotagonisten, das sieht aus, als wäre das seine Nase für mich. Dieses... Diese grünen... Zweigrünen Punktpixel da in der Mitte von seinem schwarzen Jäckchen. Sieht aus, als wäre das so seine Nase. Und er hätte so eine Maulwurfnase. Und irgendwie... Es fällt mir ganz schwer, diese grünen Striche in seinem Gesicht, also auf dem weißen Untergrund, als seinen Mund zu identifizieren. Und darum... Für mich sieht er einfach aus wie ein Maulwurf. Und der Maulwurf, der ist natürlich Boden. Aber ich meine, das ist ja logisch. Und darum will ich meinen Schiggy mal heilen. Ich hab gerade eben gesehen, wir haben hier noch eine Top-Genesung. Ich hab mir das gerade mal erschlossen. Ja, er sieht aus wie ein Maulwurf. Dann wird er wohl Bogen-Pokemon haben. Ich hab natürlich keine Ahnung, welche Pokémon er hat. Nein, nein. Sprechen wir ihn an. Ich bin schwer beeindruckt. Du bist tatsächlich weit gekommen. Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier, der Boss. Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden. Wicht. Okay. Hier sieht er natürlich wieder einfach böse aus. Aber das ist ein Sprite? Keine Ahnung. Und ich finde halt in der dritten Generation ganz, ganz schlimm auch. Da hab ich dasselbe Problem. Exakt dasselbe. Das haben die wohl nie als Problem angesehen hier bei Giovanni. Da bin ich wohl einer der wenigen, dem das so geht. Sonst hätten sie es ja in der dritten Generation nicht nochmal gemacht. Okay, Megablock. Ich glaub, das erhöht nur die Verteidigung. Und da ich hier eh Spezialangriffe einsetze. Ist das eigentlich voll egal. Was hast du als nächstes? Ein Rihorn. Ich hab das voll gut geahnt, dass er Boden-Pokémon hat, ne? Ich bin ein Genie. Ein Genie bin ich. Und die gehen einfach weg wie geschnitten Brot. Das sagt man ja so. Mhm. Aber geht geschnittenes Brot viel besser weg als ungeschnittenes? Nein, wahrscheinlich schon. Sind die Leute zu faul für. Aber ich glaub nicht, dass das zwangsal viel krasser weggeht. Ich glaub, dass... Ich mein, das meiste Brot ist halt einfach geschnitten. Und die Leute, die sich nicht geschnittenes kaufen, die kaufen sich das meiste schon absichtlich. Ich glaub nicht, dass das so ein Konkurrenzprodukt ist, dass man da den Ausdruck wie geschnittenes Brot weggehen irgendwie nutzen sollte. Nein, nein. Ich find, das sollte man ändern. Das fände ich ganz wichtig. Zudem wirklich meinen Alltag jetzt deutlich verbessern. Ähm, Furienschlag, Ibitak. Das Nobili-Kat von ihm ist aber jetzt irgendwie krass. Au! Ein Volltreffer. Das Nobili-Kat hat auch eine hohe Initiative, was in diesem Spiel, in dieser Generation, noch beeinflusst hat, wie gut man... Ja, wie wahrscheinlich man einen Volltreffer macht. So, wir vergiften ihn jetzt erstmal hier. Und ich mach jetzt diese feige Pflanzen-Pokémon-Trainer-Taktik. Einfach, weil du mir überstark wirkst. Du bist auch ein viel zu hohes Level. 29 war das, glaub ich, grad. Und die Attacke schlägt fehl. Sehr gut. Wie viel heilt uns das? Na? 5 KP. Das ist gar nicht so übel. Rankenhieb. Haut da auch noch ein bisschen rein. Aber dafür, dass er jetzt eine Heula einsetzt, ist die Taktik doch perfekt geeignet. Wenn er darauf nicht eingehen kann, ist er selber schuld, ja? Da muss er sich individuell auf einmal verhalten. Au! Jetzt beißt er mich. Jetzt beißt er in den Salat. Und das ist wie der Knosp. Das ist ein vegetarisches Katzen-Pokémon. Ganz bestimmt. So, ich glaub, das war's jetzt mit Sobili-Kat und damit für Giovanni. Nein! Ich habe kläglich versagt. Ja, du bist halt ein Versag. Offensichtlich trainierst du dein Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe nie verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch wir werden uns wiedersehen. Was hast du da cooles? Sifscope? Was ist denn das? Einfach mal mitnehmen. Einfach alles mitnehmen. Kann man hier eigentlich ein Fluchtsaal einsetzen? Ich hab da eins gesehen in meinem Inventar vorhin. Weil da müssen wir uns den Weg hier nicht nochmal rausbahnen. Die Spielhalle und alles sind ja eh so ganz viele Penner. Perfekt. Dann heilen wir meine Pokémon. Das wär nett. Ja. Wir kommen gut voran. Hier in der Stadt gibt's auch noch eine Pokémon Arena. Die können wir uns gleich auch mal angucken. Dann könnt ihr ja auch mal eine Arena sehen. Das haben wir ja noch nie gemacht in einem Pokémon Let's Play in der Arena angeguckt. Was haben wir hier? Habe ich die Häuser schon vorgestellt? Ich glaub nicht. Können wir auch mal machen. Komm. Wir haben gerade die Zeit. Wer bist du? Was störst du mich so an? Du bist voll der Emo. Du Opfer. Der Typ hier gibt wenn man ihn anspricht uns einen Münzkopf. Damit kann man in der Spielhalle Münzen halt reintun und dann an den Automaten spielen. Kann man ohne anscheinend nicht. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof erzeugt. Ja und darum will er es auch weggeben, weil er glaubt dann ist seine Chance auch höher dass er nicht mehr weiterspielt. Ganz schöner Versager. Was bist du für einer? Boss! Wir haben gerade 2000 Pokémon als Preise versandt. Was? Ich bin nicht dein Boss. Ich hab deinen Boss fertig gemacht. Ne! Mit den Spielartomaten verdienen wir uns eine goldene Nase. Wer bist du eigentlich? Geh doch mal weg. Und wer bist du? Schenke dem Boster in der Spielhalle keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Na wenn dem so ist wird dich wundern aber da war doch einer. Ja da bist du jetzt überrascht. Und hier hier haben wir ein Hotel aber hier sind keine Pokémon erwünscht da dürfen wir nicht übernachten. Ich würde sagen aus Trauer stellen wir uns hier hin Was? In Pokémon Gelb ist es nicht mehr so? Eigentlich in Rot und Gelb und auch Grün ist hier ein unsichtbarer PC weil das hier ganz einfach die haben sich echt einfach gemacht die haben hier für diese Innausstattung ein Pokémon Center kopiert und ein paar Elemente geändert und die hatten wohl irgendwie die Textur entfernt vom PC aber das Anklickbare also ja den Befehl hatten sie da einfach programmiert gelassen. In Gelb haben sie es rausgepatcht. Cool. Okay weiß ich das auch mal wird mir irgendwie nicht gesagt warum sagt mir sowas keiner das war mein ganzes Leben eine Lüge was bist du für einer? Hehe diese Arena ist voller Frauen Oh da bin ich gut aufgehoben und dann würde ich sagen ist es Glutexus Showtime hier mal wieder oder mal keine Ahnung wie auf der jetzt rankam wir speichern beim nächsten Mal geht es weiter mit Pokémon Gelbe Edition hier in der Arena wo wir uns hoffentlich den vierten Orden schnappen werden macht's gut euer Vogel Tschüss Tschüss